Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und True getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein, das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarkt-Schmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay, zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Ja, leider war genau das auch unser letzter Stand. Es ist irgendwie sinnlos zu spekulieren. Wir wissen ja auch nicht alles aus dem Leben von Joel. Und ich schätze mal, da gibt es für Ellie eine ganze Menge aufzuarbeiten. Nicht nur das, was jüngst ja provokanterweise verschwiegen wurde. Klausi, Hallöchen. Sondern auch das, was wirklich für uns als Spieler noch in den Schatten liegt. Man darf also gespannt sein, wie es hier weitergeht mit unseren beiden. Aber erstmal haben wir das Glück, frische Waldluft zu genießen. Es scheint auch nicht zu warm und nicht zu kalt zu sein. Es ist das perfekte Wetter für einen gemeinsamen Ausritt. Wenn nicht unser Ziel ein eigentlich ganz schreckliches wäre. Wie auch die Tage, die hinter uns liegen. Och, sogar eine Häschenfamilie. Was wird da gleich passieren, wenn wir sogar so einen halben Disney-Film hier präsentiert bekommen? Kommt noch ein Bambi vorbei? Nein? Eichhörnchen, Junge. Der Wald erlebt, na? Hier sieht es fast so aus, als wäre nie irgendwas in der Welt außerhalb dieses Waldes geschehen. Die Tiere haben überlebt. Die wuseln hier fleißig umher. Für die hat sich gar nicht so viel verändert, wie es scheint. Aber sobald wir diesen Wald verlassen, oder vielleicht wenn wir eine vermeintlich verlassene Hütte finden, und ich weiß nicht genau, wo sie uns hier haben wollen, dann wird uns die kalte Realität von draußen wieder schneller einholen, als uns das lieb ist. Ah ja, das vermutlich die Überreste von denen, die Seattle dann verlassen wollten. Haben sich gedacht, easy, wir nehmen die gute alte Waldstraße, da ist schon keiner. Besser als der Stau auf den großen Hauptstraßen, aber anscheinend auch nicht so mega gut gelaufen, ha? Hier ist sogar noch ein Schild für den Abschlepper. Aber leider nichts zum Looten, wirklich? Ach doch, guck mal. Ach, noch eine Superheldenkarte. Ja, geil. Frage, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wollen? Hm, wahrscheinlich Unsichtbarkeit? Gute Wahl. Damit du mich beobachten könntest? Du hast es erraten. Aha, so ein Ding. Ja, Unsichtbarkeit wäre natürlich ein geiler Trait auch für die Mission, die noch vor uns liegen, ha? Was haben wir denn? Motivator. Echter Name, Moira Peek. Sehr intelligent, wenig Kraft von Spark. Wenn du feststellst, dass du gerade etwas tust, was du gar nicht tun möchtest, könnte Motivator dafür verantwortlich sein. Moira Peek war früher eine herausragende Psychologin und Verhaltensforscherin, die noch nach Feierabend Experimente für Spark durchführte. Eines Nachts stieß sie dabei auf Kräfte, die sie als zu gefährlich für die Menschheit ansah, also behielt sie sie für sich selbst. Klassiker. Motivator kann anderen Ideen in den Kopf setzen. Der einzige Ausweg für ihre Opfer ist, schnell aus ihrem Blickfeld zu verschwinden oder ihre Brille zu zertrümmern, ohne die sie nicht sehen kann. Neutrale Schurken. Okay. Ja. Ein wichtiger Einblick. Die Unsichtbarkeit, Ellie. Kein Problem. Wenn ich schleiche, dann bin ich auch immer unsichtbar für alle. Es sei denn, ich jage ein Reh oder so. Dann könnte das anders laufen. Aber sie wartet hier sogar. Das ist ja nett. Oben auf dem Pony, da sind wir noch sicher. Heißt, ich folge jetzt einfach den Autos. Wir konnten ja auch galoppieren, bilde ich mir ein. Das stand ja eben sogar nochmal da, kurz klarkommen auf die ganzen Keys. Und dann einfach hier rein. Das sieht aber nicht gesund aus. Allerdings sind hier dieselben Fahne, die uns eben schon den Weg gewiesen haben. Jawohl. In fahren, we trust. Man sagt ja auch einen fahren lassen. Das hängt zusammen. Oh. Ja, ja, immer. Klar. Wir sind anscheinend näher an so einer Hauptstraße dran. Als ich erwartet habe. Und auch hier schon komplett alles überwuchert, Junge. Insane. Mavrid mit dem ersten Abo-Geschenk des neuen Monats. Vielen lieben Dank. Tja, aber wo reiten wir jetzt hin? Vermutlich nicht dorthin, wo die Autos hinfahren wollten, oder? Die wollten bestimmt aus Seattle raus. Ich glaube, die Stadt war ja eigentlich ein bisschen größer. Aber wir gucken einfach mal. Unsere Charaktere werden schon meckern, wenn ich irgendwas besonders Dummes anstelle. Aber am meisten ärgert mich, dass wir hier anscheinend nichts looten können. Die sind zwar zum Teil offen. Sogar in dem Auto wuchert das Gras, Junge. Läuft. Die Natur holt sich alles zurück. Sogar den verranzten Crack-Wohnwagen. Aber irgendwie würde ich gleichermaßen alle Autos jetzt gern untersuchen. Wie auch nicht, weil dann sind wir hier drei Jahre lang beschäftigt. Das allerdings, das könnte schon lohnenswerter sein. Einmal runter hier. Hervorragend. Shion hat noch einen Sub gelootet hier. Vermutlich doch in einem der Autos, ne? Hätte ich gucken sollen. Dankeschön, dankeschön. Fetter Bagger, oder was? Junge. Mit dem Teil mal durch so ein paar Pilz-Zombies walzen, oder? Da hätte ich aber Böcke drauf. Die fleischgewordene Walze des Todes. Alley. Aber auch hier, ne? Schön die Kletterranken. Wow. War länger keiner da, würde ich sagen. Aber jetzt sind wir hier. Ich brauche Muni. Oh, und Alkohol, ja. Den können wir auch immer gebrauchen. Gucken wir mal, sogar mit so einem kleinen Post-It da am Monitor. Paar gerahmte Bildchen. Oh. Ein letzter Rest von Zivilisation. Ja. Und noch ne Karte. Na, Junge, heute? Heute läuft aber mit dem Sammeln. Wenden. Anfängerblatt. Aha. Die Starfire Kids. Emeru und Zora Hoshi. Intelligent und auch Muskeln dabei vermutlich gut aufgeteilt haben. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emeru und Zora Hoshi einen Meteoriten in den Wäldern vor Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten sie beide die Kraft der Astrokinese, die Fähigkeit, Sternenlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden darauf von der Society of Champions in Gewahrsam genommen und Tesseracta und der Wiesi darin ihre Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Seine übertrieben besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein dem Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Ja, das wird bestimmt hinhauen. Tesseracta haben wir ja auch schon von gehört, ne? Ja, es hängt alles zusammen in diesem Kartenspiel. Jo, eine wunderbare Zauberkarte. Nicht weil sie einen Zauber mit sich bringt, sondern weil sie mich verzaubert hat. Yeah. Kosmos Kräfte. Geil. Diese Karte hat höchstwahrscheinlich WoW 15.0 gespoilert, aber damit müssen wir jetzt klarkommen. Was haben wir denn noch? Kommt aus dieser Kletterranke irgendwas gesprungen? Ne, ein Zombie-Igel vielleicht. Der könnte da unten nisten. Aber bisher haben wir keine Zombie-Tierchen gesehen. Boah, ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, der Pilz ist nicht irgendwie nochmal mutiert und das Waldstück war jetzt das letzte Mal, dass wir unberührte Tierchen gesehen haben. Das lassen sie hoffentlich. Was haben wir hier? Eine Karte. Ey, da ist ein Riesenrad. Tolle Karte. Naja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich meine, ob einem das viel bringt, wer weiß, was da von welcher Gang besetzt ist und welche Straße überhaupt noch intakt ist, ne? Aber erstmal hätte ich gesagt, Zentrum von Seattle. Besser als nix, Junge. Da ist bestimmt auch irgendwo Wacken. Wat is Wacken, Junge? Gestern bei Hogwarts hatten wir die ganzen Cold-Mirror-Harry-Potter-Parodien. Und da hat gerade Lord of the Weed von Herr der Ringe gekickt. Das sind die großen Säulen... Meines Verstands. Das ist aber schon etwas, Herr Baxter. Das denke ich auch. Jetzt ist auch noch Helge Schneider mit dabei. Dann haben wir die heilige Dreifaltigkeit zusammen. Können wir noch irgendwo hochspringen? Ich glaube, nein. Ja, denn glaube ich, wir können weiter reiten. Mit der Karte im Gepäck. Und leider keiner neuen Munition. Sieht das hier so aus, als könnte da was aus dem Wasser kommen. Äh, Wasser-Zombies? Nein. Das ist halt so ein Punkt, wo auch gut was angespült werden könnte, ne? Wie zum Beispiel riesige Steintrümmer. Oder eine Shotgun. Hm, die nur darauf wartet, gelootet zu werden. Ich vermisse meine Shotgun so sehr. Und den Flammenwerfer. Seit ihr so den Wink gegeben habt, den doch mal auch bei den Blautern zu benutzen, fühle ich mich ohne das Ding einfach so machtlos. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Oh, das stimmt allerdings, ne? Wenn wir gut sind, uns und unsere Verstecke richtig zu tarnen, dann wird das bei anderen vermutlich ganz ähnlich sein. Da wird hier kein rotes Schild hängen von wegen, hier ist definitiv kein Versteck. Aber sonst auch nichts weiter zum Looten. Ich hätte natürlich hinter den Wasserfall gucken müssen. Vielleicht war da eine geheime Höhle mit einem Schatz. Aber wir müssen weiter. Noch sind wir ein ganzes Stück von unserem eigentlichen Ziel entfernt. Aber wir sehen schon mal immer mehr Infrastruktur. Und das zumindest ist ein brauchbares Zeichen. Ah, mehr Kacki-Tümpel. Perfekt. Und leider auch weniger Tierchen, ne? Man hört sie. Ja, man hört sie. Aber viel sehen tun wir nicht. Das heißt, wir müssen verhungern. Das ist das eigentliche Problem. Ich erfreue mich daran, süße Tierchen zu sehen. Aber unsere beiden müssen ja auch irgendwas fooden, ne? Und die ganze Zeit nur... Ist das die Quarantäne-Zone? Ja. Schau mal nach oben. Oh ja. Die ganze Zeit nur auf dem Fahnen hier rumzukauen. Also da ist bestimmt auch mal ein Giftiger dabei. Das sollten wir vielleicht lassen. Aber da drüben, da sieht es nach Militärfahrzeugen aus. Wir checken mal hier noch den größeren Truck. Ob man da denn reinlunzen kann? Aber das sieht nicht so aus, als sollten wir das tun. Ach, schade. Ich warte die ganze Zeit darauf, ne? Dass irgendwo so richtig auffällig ein Kofferraum offen ist. Oder irgendwas. Noch ein Zettelchen. Und er hat sogar Einschusslöcher hinten drin. Oh. Das ist immer wieder nicht so gut gelaufen mit der Quarantäne-Zone, hä? Jaja, auf genau solche Details hab ich Bock. Aber die findet man nicht immer. So wie ich das gerne hätte. Perfekt. Ah ja. Das erklärt... Das erklärt die Einschusslöcher. Junge, imagine. Du bist auf dem Weg zur Quarantäne-Zone. Und siehst dann einfach das, ne? Und deine ganze Hoffnung stirbt binnen Sekunden. Der hat dir sogar heftige Kampfausrüstung. Alles übern Haufen geballert, Mann. Krummel, Nickel, hi. Das waren Soldaten aus der QZ. Siehst du die Federer-Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung. Echt abartig. Ja, der zeigt... Da oben, in der Mauer. Zeigt auf jeden Fall Wirkung. Siehst du das? Ja. Ich weiß nur nicht, wie wir da raufkommen. Okay. Ja, wir finden bestimmt ne Palette oder ne Leiter. Oh, jetzt ist ja Joel nicht mal mehr da. Kann Ellie mittlerweile schwimmen? Sonst muss sie uns retten nachher. Kennst du dich mit Paletten aus? Frage für'n Freund. Da oben sogar ne bemannte Geschützstation oder was. Jo, hier könnten wir auch hoch. Ich guck mich aber erstmal so um. Das könnte wieder so ein Level sein. Wo wenn wir an einen Triggerpunkt kommen, ganz schnell einen großen Teil skippen. Darum sind wir ein bisschen vorsichtiger. Und schauen mal, ob hier nicht noch irgendwo was rumliegt. Könnte natürlich auch genauso gut sein, dass sich hier gegnerische Wachen verschanzt haben und schon beobachten. Oder, oh, das sieht verdächtig aus dort. Oder, dass uns gleich noch irgendwas anspringt. Na, aber dann hätten wir vermutlich Sporen in der Luft. Warte, das glitzert da und ich komm von hier nicht ran. For real? Gibt es unterschiedliche Kriechwege oder was? Oh no. Oh no. Dann vielleicht von vorne rein, Ellie? Oder müssen wir auf den Bauch? Warte mal. Vielleicht müssen wir gar nicht rumgehen. Wir haben ja auf den Bauch kriechen. Wehe, das ist es nicht wert, Junge. Das ist einfach nur ein Stück Stoff. Ich dachte, das ist sonst was für ein Geheimzettel mit einem Tresor-Code. Das ist einfach ein Stück Stoff. Perfekt. Aber vielleicht... Ja, wenn wir hier lang kriechen. Boah, das gefällt mir gar nicht, ne? Wir mussten ja schon am Anfang im Kriechen gegen einen kämpfen. Das bringen die bestimmt nochmal. Oder... Oder sie haben es nur am Anfang einmal gemacht, damit ich jetzt die ganze Zeit Paranoia schiebe. Das könnte natürlich auch sein. Nun gut. Käfige. Mit ein bisschen Stoff. Können wir noch Molotows machen? Leider nein. Ah, jetzt haben wir Stoff, jetzt fehlt der Alkohol. Junge, leben wir in Zeiten der Ressourcen knapp weit oder was? Kriege ich so einen Hals. Und das hier war der Oberkäfig, oder wie? Vielleicht haben wir hier auch noch was. Das sieht doch auch aus wie ein kleines Wärterhäuschen, oder? Ah ja, was ist das denn? Ah, ich dachte, das ist ein Zielfernrohr. Das waren nur ein paar Schrottteile. Junge, dieser Mini-Loot am Anfang. Auf der einen Seite freut man sich total über jeden Scheiß. Und auf der anderen Seite denkst du dir aber, ey, es hätten jetzt auch statt 3, 6 sein können, oder? Oder 200? Ellie, was ist mit dem Dach da drüben? Ja, das hat sie ja vorhin schon angesprochen, ne? Wir müssen hoch. Aber ich bin noch am Looten. Ich bin noch am Umschauen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, hier nicht jeden Stein zweimal umzudrehen. Weil, auch wenn hier ordentlich schon geplündert wurde, wird ja doch immer irgendwas übersehen, ne? Wie zum Beispiel diese absolut leere Schublade. Perfekt. Das hat sich schon mal gelohnt. Ey, als ob jetzt alles leer ist. Come on. Hier ist was. Oh, ist das die Versinnbildlichung? Ne, das sind sogar Fotos, oder? Das ist jetzt nicht mehr irgendwie gemalt. Die Stadien der Infektion? Oh, ich hoffe, es ist gemalt. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen, schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs, nicht überrennen lassen. Stufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an, mit Vorsicht nähern und Umgebung prüfen. Stufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echo-Ortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und extrem tödlich. Stufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich oder warnen sie sogar vor. Ist das krank. Wie das langsam aus dem Kopf richtig rausblättert einfach, ne? Bis nichts mehr von dir übrig ist, außer Teile von deinem Maul, damit du noch ein bisschen rumschreien kannst. Fantastisch. Okay, auf diese Bilder hätte ich tatsächlich verzichten können. Und ich wollte da auch nicht ranzoomen. Wir werden bestimmt noch in den Genuss kommen, die wirklich von Nahem zu sehen. Da müssen wir uns jetzt gar keinen großen Rummel mit den Bildchen machen. Aber mehr war hier for real nicht drin. Scheiße. Die anderen waren deutlich schneller und anscheinend auch fleißiger als ich. Das ist nicht besonders gut, aber... Einen haben wir noch, einen schönen Serverschrank hier, oder was? Nice. Hier bei den Informatikern. Die haben mir doch irgendwas dagelassen, oder? Come on. Ein paar schöne Mumpeln. War was Gutes da drin? Ist ziemlich leer gefickt. Ja. Oh no. Das ist ja bisher der schlimmste Loot-Container, den wir je hatten. Ist ja wirklich alles leer. Hier liegt noch ein Zettel. Da steht jetzt einfach, haha. Zu spät, fucker. Mhm. Good luck. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kieran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Ja. Da wird mit Pilzen gedealt. Wir freuen uns. Aber hier war wirklich gar nichts. Oh Gott. Ich hab mich so gefreut auf den Militärposten. Und dann werde ich so genatt. Vielleicht ja oben auf dem Dach. Vielleicht hat sich da einer verschanzt schön mit dem Sniper, ha? Ja, so ähnlich war der Plan. Aber auch da ist nicht viel übrig. Bereust du es ein wenig, dass du im Anfangstutorial diejenige nicht töten durftest? Ja. Vor allem, dass wir die auch gespielt haben, ne? Die dann Joel zum Verhängnis werden sollte. Boah. Das war so schlimm. Ich hab ja versucht, sie runterfallen zu lassen, ne? Ich hatte ja ein doofes Gefühl. Okay, das wird schon mal nix. Aber anscheinend war es nicht doof genug. Wie kommen wir da denn dann hoch von hier? Oder muss ich irgendwas rüberlegen? Muss ich so im guten alten Stil irgendein Brett finden, das wir so als Brücke benutzen oder sowas? Aber wenn, dann war hier oben jetzt keins, bilde ich mir ein. Und auch mit dem Ding soll ich das nutzen wie so ein Sprungbrett oder was? Ne, da können wir ja auch gar nicht weiter interagieren. Da hochklettern wird er auch nix wegen Stacheldraht. Was haben wir noch für Optionen? Von dort drüben. Über die Käfige. Das könnte gehen. Ja. Dann müssen wir da hoch. Und dann von dort oben auf den Käfig. Da hoch. Und dann die Leiter oder so. Ja. Irgendwie in dem Dreh wäre der Plan. Aber Plan und Realität, die liegen ja auch ganz gern mal weiter auseinander bei mir. Warte mal. Hier sind irgendwelche lustigen Müllkissen. Was ist hier mit? Was ist hier mit? Ja, ich bin ja unterwegs. Warte, den schaffen wir, den Jump. Und sie steht da sogar schon. Danke für deine Hilfe. Guckt sie zu, wie ich mir da einen abeier. Scheiße. Lausi, vielen Dank für das Abo-Geschenk. Bam. Jawohl. Schön hier die gute Wellblechhütte. Da sehe ich mich. Und da brauchen wir bestimmt Räuberleiter. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Sehr gut. Ja. Elegant. Und effektiv. Ah, ich dachte, wir können die Leiter einfach runterlassen, aber die hängt komplett fest hier. Scheiße. Na gut. Das Tor öffnen, Ali. Wir dürfen jetzt nicht runterfallen, ne? Sollten wir da rüberspringen? Ist das die bessere Idee? Ich glaube schon, weil hier wäre ich, glaube ich, runtergekracht und hätte mir die Beine gebrochen, ha? Dann lieber hier lang. Sehr gut. Ja, genau so. Oh, okay. Lieber doch nicht hier lang. Na gut. Glücklicherweise wissen wir, dass unseren Charakteren nichts passiert, wenn sie an Fallschaden verenden. Das haben wir ja ganz am Anfang ausgiebig getestet. Das heißt, ich darf hier rüber balancieren. Ah, ja, okay. War das jetzt besser als springen? Anscheinend. Anscheinend. Wir leben noch. Wir leben noch. So. Dann könnten wir dort rüber. Ja. Aber hier oben ist scheiße. Ich hätte gesagt, hier runter und krabbeln. Sehr gut. Sehr gut. Und dann irgendwo hier wieder hoch, dass wir dieses Gewölle da umkrabbelt haben. Ja. Oh, das passt. Okay, okay. Noch leben wir. Da ist dieser Riss in der Wand. Und da ist noch irgendein lustiger Poller, der nach oben geht. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaube mal, durch den Riss in der Wand komme ich nicht einfach, oder? Nee. Das heißt, wir müssen auf den Poller. Aber das wird doch wieder nix, Ellie. Kriegen wir das hin, wir beide? Ey, ich hoffe, Ellie. Let's go. Oh Gott, Junge. Ja. Alles gut. War noch echt knapp. Ja, ja, du fängst mich dann, ne? Ja. Danke für die Hilfe gerade auch. Scheiße, Junge. Aber gut. Das haben wir. Und hier können wir auch hoch. Ui. Na, das ist eine Aussicht, oder? Die Finger aus Stahl, ja. Da ist die meterdicke Hornhaut. Die lässt uns hier kraxeln. Ausgezeichnet. Und dann sind wir drüber. Wunderbar. Die Mauer wurde bezwungen. Ja, und die Preisfrage ist immer noch, beobachtet uns bereits jemand? Oder haben die das einfach geplündert und sind sich ihrer so sicher, dass sie das hier nicht bewachen müssen? Oder hat schon wieder eine ganz andere Truppe hier alle plattgefegt? Und denen ist es einfach scheißegal, ha? Die haben ganz anderen Posten. So viele Möglichkeiten. Wir wissen nichts über den Posten oder die Stadt. Da geht's runter. Ehre. Daywalker, hi. Hast Geburtstag? Ja, alles Gute wünsche ich dir. Möglichst wenige Pilze auf deinem Geburtstagskuchen. Und ganz, ganz viel Gesundheit, Alter. Löhchen. So. Einen Stein haben wir. Das bedeutet in der Regel, dass wir zeitnah Besuch bekommen. Aber leider nicht von der guten Sorte, ne? Wenn es jetzt irgendwie Besuch wäre in Form von, was weiß ich, einem Sniper Rifle. Dann würde ich sagen, okay, let's go. So. Aber das wird's nicht sein. Erstmal hämmern den Knopf. Ja, Hard Mode. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich brauchen wir noch einen anderen Stecker oder so. Müssen wir mehr verkabeln. Ist das so ein Autobatterie-Ding? Bam. Ach, guck mal. Hier ist auf jeden Fall Suff. Vor allem waren vorne aber sämtliche Fenster eingeschlagen und hier nicht. Das ist verdächtig, hör mal. Wir machen mal einen Molotow hier für die gute Laune. Wobei ich gerade sehe, ich habe auch kein Medikit dabei. Oh, shit. Oh, ich dachte, da haben wir noch welche. Oh, oh. Ich glaube, der Molotow war keine gute Idee, Leute. Der Ressourcenmanagementmeister. Da ist er wieder. Okay. Wenn das wohl geschrieben wurde. Das sind Codes, oder was? Wänden? Ja. Ein großer Einsatz steht bevor. Der Horde ist meine Leute. Mit Vol'jin anscheinend. Die Seravena-Basis. Und Isaac will, Na sowas. dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen, holt das gesamte Benzin aus, dem Gerichtsparkhaus, der Kuppel und bringt es zum Versteck in der Seravena-Basis. Na gut, wir haben ein paar Namen, ha? Das ist ein Anfang. File, mit dem ganzen Jahr. Dankeschön, Dankeschön. So, hier ist nix. Da ist nix. Aber hier, hier haben wir noch ebenfalls nix. Perfekt. Großartig. Aber hier können wir die Tür einmal aufmachen. Moin Crave, welche Fantasy-Universen würdest du empfehlen, wenn es nicht WoW sein müsse? Mass Effect, wenn es in Richtung Sci-Fi gehen soll. Und Dragon Age, wenn er so Mittelalter-Drachen-Fantasy. Da ist es mein Generator. Das sind auch zwei von meinen großen Lieben, die mir auch spontan einfallen würden. Umso länger man drüber nachdenkt, umso mehr findet man vermutlich. Aber Dragon Age ist häufig auch so ähnlich wie WoW von den Fantasy-Aspekten, sag ich mal. Darum absolute Liebe auch für diese Reihe. Wo ja auch in einer nicht allzu fernen Zukunft noch ein neuer Teil anstehen sollte. Oh nein, not again. Oh. Ja. Ja. Oh. Das war gut. Das war gut. Und da ist auch der Stecker, den ich will. Aber, bevor wir damit vielleicht irgendwen rufen, mehr war tatsächlich nicht zum Looten. Kommen wir hier hoch? Kann ich mir eine bessere Position sichern? Ne, sieht nicht so aus. Wir hüpfen einfach nur dagegen. Und das ist zum Glück kein Zahlenrätsel wie in Hogwarts, ja. Das war auch sehr wild gestern Abend. Aber hier mit diesem Seil, was sind die Moves jetzt? Ein bisschen zum Entheddern. Okay. Ja, wir entheddern das Seil und drücken den Gegnern gleich paar Hedder. Na. Arbeitssicherheit. Dann können wir jetzt nochmal den Kopf smaschen. Äh, den Knopf meine ich. Oh Gott, Ellie nicht mit dem. Kopfnuss in den Generator. Kopfknopf. Wo hier drüben? Hallo. Ja, ich weiß doch, dass du da drüben bist. Aber mach mal einen Entspannten. Ich will ja erstmal die Lage sichern. Wenn wir da jetzt an dem großen Tor stehen, kommen noch ein paar Orks und Kriegstrolle mit rein. Wir haben hier keine Wachen von Minas Tirith. Das würde nicht gut werden. Warhammer kenne ich gar nicht tatsächlich. Also von so ein paar Memes natürlich. Mal ein paar Clips gesehen. Aber nie weiter mit beschäftigt. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Falls ihr beim letzten Unboxing auf YouTube reingeschaut habt. Da gab es ja auch einen schicken Artprint. Und ein T-Shirt. So ein paar Gags und Memes kenne ich auf jeden Fall auch. Aber überschaubar, ja. Sehr überschaubar, was ich dazu kenne und weiß. Und hier ist die Tastatur. Ah, das ist vermutlich fürs Tor. Da war auch wieder ein großer roter Knopf daneben. Aber das reicht mir noch nicht. Hier muss doch mehr Beute sein. Einfach so ein paar Stofffetzen, die rumliegen am Arsch. Hier ist noch ein Ziegelstein. Oh ne, was kommt hier gleich, Mann? Ob die irgendwo was weggeschlossen haben? Hier kommen wir noch nicht rein. Ja, dann müssen wir bestimmt den Strom jetzt irgendwie umleiten. Und dann kommt sowas wie... Ach ja, da hinten haben wir übrigens 700 Klicker eingeschlossen. Und dann kommen die da alle raus. Liebe ich ja. Wir haben aber keine andere Wahl. Wir müssen das durchziehen. Na dann. Sehr gut. Warum auch Türen benutzen. Randa. Perfekt. Ja, und jetzt? Das war meine einzige Idee, die ich hatte, Ellie. Was machen wir? Scheiße. Haben wir irgendein Stromkabel, dem wir folgen können? Oder muss ich hier vorne an dem Tor noch irgendwas... Ah, guck mal. Da ist for real was dran. Moin. Ja, das ist wichtig, so eine Luke im Tor, oder? Wie willst du sonst eine Pizza- oder Dönerbestellung entgegennehmen? Hier ist Pizzeria-Clicker. Wir haben Pizza-Fungi im Angebot. Ja, liefern bitte. Schön zum Eisentor. Und dann die Pizza einfach auf Long Range. Wie so ein Frisbee da durchpfeffern. Damit das Infektionsrisiko auch möglichst gering ist. Dann musst du deine Pizza-Boten gezielt schulen, dass sie auch haargenau wie so ein Briefschlitz dann, zack, auf 50 Meter Entfernung da reintreffen. Ausgezeichnet. Ah, hier ist noch was. Ach, kein Saft. Ja. Das heißt, wir brauchen noch ein Kabel. Oder kann ich einfach das Kabel von da drüben nehmen? Bleibt das Tor jetzt maybe offen? Ah, scheiße. Das wird aber auch nicht lang genug sein, oder? Wenn ich das jetzt hier nehme... Ach so. Ja. Mal sehen, wie lange wir da ziehen können. Ah, nein. Das habe ich befürchtet. Ah, no. Kann ich sie rüberschmeißen vielleicht? Haben wir so eine Option? Dass ich es einfach rüberwerfen kann? Oder wie soll das gehen, Ellie? Können wir... Wir hatten doch was mit werfen. Wollte ich sagen. Bam. Aber wie habe ich... So. Okay. Ja. Das entspricht auch ungefähr dem Kabelmanagement unter meinem Schreibtisch, wenn ich ehrlich bin. Und dann können wir das da drüben holen. Guck mal. Deswegen hatten wir so ein Wurf-Tutorial, wo wir noch unterwegs waren, in dem einen Einkaufscenter oder was das war. Und ich habe mich sogar daran erinnert, ohne dass ich eine halbe Stunde rumwundern musste. Fantastisch. Was war das gerade? Ist das mein Seil? Das klang eher wie ein Infizierter. Aber gut. Mein Magen klingt auch manchmal wie ein Infizierter. Rein da. Puh. Okay. Dat dat. Ja. Perfekt, oder? Wieder mal gelebte Arbeitssicherheit. Hallo Crev. Wollte an der Stelle mal Danke sagen für Dein Content. Genieße ihn sehr. Egal ob im Stream oder YouTube. Bitte mach viele Jahre weiter so. Dankeschön. Dat freut mich sehr zu hören. Ich werde es versuchen. Haha. Vielen Dank. Oh nein. Das Passwort. Ah. Das war auf dem Zettel bestimmt. War. I? dem Zettel bestimmt. Ach, Kacke. Wir können es ja mal so probieren. Bevor wir den Zettel nehmen. Eins, zwei, drei. Enter. Okay, schade. Ich habe alles versucht. Der wahre Hackerman. Er hat 120% gegeben, aber es sollte nicht sein. Dann müssen wir noch mal in diese Kontrollpunktkarte schauen. Ja, und zwar Haupttor. Was davon ist denn Haupttor? Ganz oben, oder? Ja, Main Gate, würde ich sagen. 0512. Was haben wir noch? Joel's Uhr. Die haben wir mitgenommen. Na klar, da ist sie. Mit den Einschusslöchern ganz vom Anfang. Junge, wie ranzig auch dieses Band aussieht, oder? Buddha High. Das ist ja insane. Wenn du da dran leckst, dann entdeckst du auch 20 neue Krankheiten, nur auf deiner Zunge. Den Firefly-Anhänger von Eugene, genau. Und unser Tagebuch. Hatten wir da noch mal reingelesen? Da war das letzte... Oh, mit der Eule. Ja. Idaho Falls. Dana hat heute drei Hasen gefangen. Ihre Schwester hat ihr mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich hab immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns... Boise. So heißt das. Boise. Dana möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns zwei Tage kostet. Diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht, und ich habe Dana angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Oh. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dana sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich hab sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Aha. Ellie macht sich aber auch selber fertig, ne? Scheiße. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Seinen Kopf. Dana scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gern eine Freude machen. Ja, Kima. Wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht, Tommy, aber wir haben seit zwei Wochen keine anderen Leute gesehen. Also, Daumen drücken. Okay. Ein paar Gedanken von Ellie. Auch zu dem geschehen, das wir dann im Cut gar nicht mitbekommen haben. Sehr gut. Ja, den Molotow sollten wir jetzt aber nicht unbedingt. Hahaha. Oh no, hab ich mir den Code jetzt gemerkt? Warte mal. 0, 5. 1, 2. Oder war es 2, 1? Ja. Ja. Ein Glück. Kurzzeit Gedächtnis ist noch da. Gut, Mama. Oh. Shit. Oh Gott. Hey, na los. Verschwinden wir hier. Das war ziemlich laut. Oh no. Oh, armes Pferdchen. Das wäre fast ordentlich in die Hose gegangen. Mike, hallöchen. Na gut. Das hatte in der Tat einen interessanten Lärmpegel. Aber da müssen wir uns bestimmt keine Sorgen machen. Haha. Hier ist ja eh keiner mehr. Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie. Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Ja, wir brauchen ja eigentlich nur einen, der uns dann alles erzählt, ne? Aber wir haben ja nicht mal einen halben gefunden. Bei der Aktion mit dem Tor war die Chance jetzt da. Dass wir einige halbe Sachen machen. Aber nicht mal da. Nun gut. Dann reiten wir einfach weiter. Und hoffen, dass es so schön ruhig bleibt. Wie wir das... Oh shit. Da. ...gewohnt sind. Seravina Hotel. Das muss es sein. Das ist gar nicht so weit weg, hör. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei. Ähm, äh... Fackfederator. Sehr kreativ. Erfasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Aha. Mehr Tore. I see. Ja, da war länger kein TÜV dabei. Das stimmt wohl. Auch hier der Stacheldraht, der hat auch schon bessere Tage gesehen, ne? Den hustest du einmal an und zack, zerfällt der einfach zu Staub. Noch ein Zettel. Ah jo. Was haben wir da? Eine Liste. Monatsliste. Die Seattle QZ Volkszählung. Juni aufgenommen 20, abgelehnt 5, ausgewiesen 10. So geht das erste Mal munter weiter bis zum Oktober. Ab da wurden gar keine mehr aufgenommen. 30 abgelehnt, 22 ausgewiesen. Und so ging es die ganze Zeit weiter, ne? Ausgewiesen 50. Ausgewiesen 46. Keine Annahmen mehr. Boah. Ja, vermutlich, weil Ressourcen uns so immer knapper wurden. Dann hast du irgendwann angefangen auszusortieren. Ey. Schrecklicher Scheiß wieder. Sergeant Ward. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch die WLF, zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sporenverseuchungen, hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten sie die Stadttore, bis auf weiteres für Neubewerber verschlossen. Um die angespannte Versorgungslage zu entlasten, fahren sie verstärkt nach Kriminellen und weisen sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Lieutenant Torres. Okay. Die Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Ja, ich meine, irgendwie musst du es natürlich machen. Aber so, das wird den Leuten nicht gefallen, ne? Einfach zu sagen, da hinten, Tommy, Billy und Willi, ihr habt mich heute zu doof angeschaut und wir haben eh zu wenig Essen. Raus mit euch. Okay, dann mal los. Raus mit euch. Ja, Pferdchen kommt auch. Wir hatten ja einmal dort vorne, das Tor. Kein Benzin mehr. Ah. Gott verdammt. Okay. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. True. Wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Den hatten wir gelesen, den Zettel. Ich erinnere mich. Und auch hier am Auto nichts zu machen. Frechheit. Tja, dann kommen wir hier wohl noch nicht durch. Dann müssen wir tatsächlich darüber reiten. Dann machen wir das doch. Ich bin immer noch empört, wie wenig Zeug hier rumliegt. Kein Medikid. Ist alles wirklich leergefegt worden. Aber macht ja auch Sinn, wenn die sowieso schon alle so notrationieren mussten, ne? Dann irgendwie klar, dass wir hier nicht im Glücksbercheland des Loots angekommen sind. Aber ein bisschen was wäre eigentlich ganz schön. Ich habe nur fünf Schuss in meiner Gun. Und das ist kein besonders gutes Zeichen. Ich hoffe, wir werden nicht direkt angegriffen, sondern Häschen. Sondern ich kriege eine Schleichpassage, die ich halbwegs gebacken bekomme. Oder unsere Freundin muss eben carry'n. Das sind die beiden Optionen, die wir gerade haben. Also, wo sind wir? Damn. Karte? Jo. Ziemlich sicher. Etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Schön mit Edding. Ach, geil. Wir verzieren jetzt unsere Karte selber. Das ist ja insane. Wir können auch nochmal rumdrehen, aber das hilft uns noch nicht, ne? Noch nicht, zumindest. Okay. Aber ich sehe noch keine Kuppel. Oder soll das da geradezu die Kuppel sein? Da steht eine Feuerwehr. Die sieht auch so aus, als hätte sie schon mal bessere Tage gehabt. Und als Glaser. Oh, da könnte sie hier eine goldene Nase verdienen. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Mhm. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl hab ich allmählich auch. Das wäre wohl, wenn ich noch da wäre. Vermutlich wär ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja. Stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantäne-Zone wäre deutlich... Belebter? Ja. Vielleicht verstecken sich alle in der Ceravena. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja. Mindestens acht. Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. Ja, das ist ein guter Plan. Was haben wir denn hier? Noch mehr Zettel. Okay, große Zettellutelei heute. Ah, hey. Was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Colin, ich hab schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch raushelfen. Na komm schon. Ich hab nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen. Aaron. Ja, anscheinend ist das nicht so gut gelaufen mit seinem Plan. Aber vielleicht hilft sein Plan jetzt uns, ha? Gleich mal Notiz machen hier. Sie schaut in die Karte. Uns sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Fantastisch. Ali, ich glaube, Schimmer wird krank. Ah. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Wow. Oh. Junge. Komm schon, der war doch gut. Ey, Mann. Ich mach mir Sorgen um meinen Pony. Und dann so ein Ding. Bin aber grad ein bisschen erschlagen von den Wegmöglichkeiten, die wir hier haben. Das bin ich so gar nicht gewohnt. Ich glaub, wir reiten erstmal zu diesem Kuppel-Ding hin. Da steht auch groß und breit Fedra dran. Darum sind wir da, glaub ich, erstmal richtig. Aber dann müssen wir vermutlich echt immer mal wieder in die Karte gucken, um zu schauen, was wir noch so für Zeitmöglichkeiten haben. Dann kommen wir hier überhaupt so einfach rein. Warte mal, oben alles voll. Neuer Kartenort. Sehr gut. Aber vielleicht kommen wir da wirklich rein. Wenn das nicht elektronisch gesteuert war, dann ist das vielleicht einfach so ein Standard-Drehgitter hier, wo man selber... Na? Scheiße. Ah. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich selten. Die Buntglasfenster. Da oben. Ob wir die kaputt schmeißen können? Oder schießen können? Hatte ich nicht noch einen Backstein? Hatte ich. Warte mal. Da könnten wir ja mal testen, wenn ich bis da rankomme. Ich weiß nicht, ob ich das tue grad. Das sieht eher nicht so aus. Oder wir probieren mal. Hoher Bogen. Perfekt. Ich glaube, wir kommen nicht da ran. Rationsausgabezentrum. Na gut. Ellie, das üben wir nochmal mit dem Werfen. Das war zwar ein schöner, hoher Bogen. Aber das war jetzt nicht ganz so zielführend, wie ich es mir gewünscht hätte, muss ich gestehen. Ach, guck mal. Hier ist sogar offen. Hier. Treibstoff. Na. Hedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Ja, verständlich. Kenne ich dieses Problem. Aber das hilft uns, glaube ich, alles noch nicht weiter. Deutlich offener, als ich das kenne. Was natürlich nichts Schlechtes sein muss. Aber ich verliere mich ja so schon ganz gerne in Nebengeschichten und Loot. Und oh. Krass. What? Eine Schockbombe? Junge. Eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben. Das ist ja fett. Naja. Die haben sich brauchbar abgesichert hier, wa? Rezept ist auch direkt freigeschaltet. Geil. Und noch ein Zettel. Vermutlich von der Schockbombe geschrieben. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und Fünf. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbare Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Ja, die hatten wirklich tolle Bock hier, ne? Spring und Fünfter. Sobald irgendwas los war. Erstmal Haufen Soldaten hin und schon waren ein paar Mäuler weniger zu stopfen. Easy. Bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer. Und überall haben sie kleine Schubkästen. Oh, guck mal. Geil. Revolvermuni. Eine Waffe pro Holster. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack. Ach, die Geschichte, ja. Ja, ja, siehste mal. Da hatten wir ja auch noch was Schickes bekommen. Auch von Joel, wenn ich nicht irre. Dann haben wir doch ein bisschen Munition mehr. Das finde ich ja schön. Aber was machen wir jetzt mit diesem Fenster? Warum hat sie das so angesprochen? Können wir da wirklich hochklettern? Ne, ich komme nicht mal auf die Sandsäcke. Dann können wir uns den Schuss, glaube ich, sparen. Dann ist nur die Frage, wie kommen wir da weiter rein? Denn möglicherweise dann doch links lang und dann da noch einen anderen Weg finden. Jetzt ist einmal so ein verdammter Truck offen und es ist nichts drin. Perfekt. Schimmer, du kannst dich ja austoben, ne? Wir machen noch ein bisschen Mädelsabend. Wir müssen noch ein bisschen Benzin finden. Ein Snickers hätte Leben gerettet. Ja, das wäre dann auch rationiert worden. Wäre in so zehn Teile zerstückelt worden. Und dann kriegt jeder zum Abendbrot so ein zehntes Snickers. Perfekt. Hier sieht es doch verdächtig aus. Diese Tür, die ist nix für uns. Aber warum ist es hier so gelb? Da kann ich nicht hochklettern. Räuberleiter oder so? Aber auch nicht. Na gut, aber ich schätze, hier sind wir richtig. Da war ja das Schild mit der Treibstoffausgabe. Also werden wir uns bestimmt irgendwie von außen da rein triangeln müssen. So movement-technisch. Weil hier sieht es ja auch so aus, als würde man hochkommen, ne? Hm, alles so Räuberleiter-Moves. Vielleicht ist das unser Rückweg. Gutes Schloss. Okay, ich halte das. Oh no. Shit, infizierter. Pass auf. Ey, wir sind im hohen Gras. Ich bin Pikachu. Ja, mit unserer Schockbombe könntest du gar einen Donnerblitz geben, ha? Avenger mit der 20. Dankeschön. Oh nein, der hat mich echt gesehen. Oh no. Wieso denn das? Ich dachte, ich bin im Gras sicher. Aber am Arsch anscheinend. Ah, die Geschichte. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Vorsicht. Schön weg jetzt. Nice one. Ah, ausweichen. Okay. Wir sind nicht sicher im hohen Gras. Sie sehen mich trotzdem. Ich glaube, das waren alle. Ja, sieht so aus. Das war ein echt fieser Bait, Mann. Ich dachte, wir können hier jetzt frei rumsneaken. Aber ist nicht Horizon, ha? Ist nicht Horizon. Ich habe ja auch den Bogen beim letzten Mal nicht geehrt. Darum verdiene ich auch kein Horizon. Aloy wäre enttäuscht von mir. Haben die wenigsten geile Beute hier? Auch nicht. Fette Trucks haben sie. Aber ich glaube, da finden wir auch nichts Sinniges. Die werden auch nur Treibstoff verbraucht haben. Das hilft uns nicht. Ich höre direkt die nächsten. Können wir gerade mal nachladen? Wenn wir schon dabei sind. Oh, no. Oh, scheiße. Das ist sogar ein Klicker. Ja. Ah, in Bauchlage. Okay, in Bauchlage kriegen sie mich nicht mit. Das ist gut. Gut, seht ihr mal. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Jetzt sind wir undercover. Okay, wir haben zwei Runner. Und wir haben zwei oder sogar drei Klicker. Wenn ich aber so einen Runner jetzt gemessert bekomme. Ich hoffe mal, das funktioniert. Dass ich mich so an ihn anpurschen. Und ihn dann einfach wegmessern kann. Ah, der miese Hund, der ist schnell. Ah, no. Warum moved er jetzt so schnell? Kacke. Aber ich glaube, es ist ja noch ein guter Plan. Dass wir hier auf den warten. Und ihn hier wegmessern. Weil dann sieht das der andere hoffentlich nicht. Wenn wir das auf einem offenen Feld machen, dann pullen wir, glaube ich, den anderen Runner. Und dann werden auch die Klicker wach. Und das gilt es hier, glaube ich, auf jeden Fall zu vermeiden. Darum warten wir jetzt auf den Onkel. Hoffen, dass wir eine Move-Chance bekommen. Und wir bekommen sie nicht. Scheiße. Ja, GG. Das können wir nochmal machen gleich. Warum konnte ich den jetzt nicht messern? Ah, fuck. Molotov. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber ich fürchte. Ich fürchte. Schnell. Batz. Sehr gut. Ja. Ich fürchte, die Klicker machen uns noch ein bisschen Probleme. Guter Schuss. Wow. Okay, also, können wir tatsächlich, wenn wir schleichen... Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie's nicht geschafft. Vielleicht suchen wir das Benzin. Wenn wir schleichen, können wir anscheinend nicht engagen. Oder es war grad irgendein Range-Problem. Aber so kam es mir eigentlich nicht vor. Das heißt, ich müsste in eine Position schleichen. Da dann warten, in die normale Hocke gehen. Und dann können wir messern. Das war natürlich jetzt so unfassbare Ressourcen-Waste. Aber gut. Wir leben noch. Juhu. Wir leben noch. Ich sollte nur... Huch. Meine Waffe wieder wechseln. Weil der eine Schuss, der bringt uns, glaube ich, nicht so richtig weit. Okay. Ja, gut to know. Gut, dass wir das jetzt rausfinden. Und nicht in einer Situation, wo noch drei Bloater mit rumspringen oder sowas. Dann nutzen wir das Schleichen wirklich nur, um in Position zu kommen. Und den Resten müssen wir dann ein bisschen anders managen. Ist ja auch realistisch, ne? Dass du dann nicht so schnell aufspringen und das Messer ziehen. Ne, ne. Da musst du schon in einer brauchbaren Kampfposition sein. Wenn du da erstmal aus der Bauchlage dich hochkrepeln musst, Junge. Da brauche ich auch zehn Minuten, bis ich stehe. Ja, das ist nix für meine müden Knochen. Wo? Da sind wir drin. Ja, hier sieht es doch eigentlich ganz nett aus, oder? Bis auf dieses riesige Gitter da drüben. Aber da steht ein Flammbar drauf. Vielleicht ist da das Benzin weggeschlossen. Da jumpen wir jetzt einfach runter. Aha. Ohne, dass jemand hier ist. Nur ein paar Tauben, habe ich gehört. Die scheinen hier alles voll zu scheißen. Perfekt. Na ja, lieber Taubenscheiße als Pilze, würde ich sagen, wa? Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Aha. Und da ist das Benzin. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menoradeko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. Wow. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Hm, also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Wow. Ja, solche Witze rafft Ellie gar nicht, ja? Weil Religion... ...bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. War Religion überhaupt schon ein Thema für sie? Ich kann mich nicht erinnern. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Oh, damn. Das ist dark. Aber wenn es dir damit gut geht, ja? Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Spannend. Aber hier waren zum Glück noch ein paar Ressourcen drin. Das nährt unsere Überlebensgeschichte. Da war sogar noch mehr. Uh, Junge. Endlich. Wie lange musste ich warten? Eine Flasche haben wir auch noch. Die ersetzt unseren Ziegelstein von vorhin. Aber wenn draußen schon so viele waren... ...und wie Ellie richtig bemerkte, die nicht gesäubert wurden... ...dann wurde hier drin bestimmt auch schon länger nicht aufgeräumt. Vielmehr aufgesprengt, wenn ich hier diese Tore so sehe. Mhm. Ah, Munition. Geil. Noch eine Flasche. Und ein alter Mattenwagen aus der Turnhalle. Und eine Tür. Oh Gott, die Reizüberflutung. Hallo. Jemand zu Hause? Oh, das ist echt ganz schön dunkel hier. Oh, zum Glück bist du das. Ey, komm doch nicht da einfach so reingesteppt. Da habe ich mir aber kurz ein bisschen eingekackt. Als da so schnell jemand reinkam. So schnell hätte ich meine Waffe jetzt gar nicht ziehen können. Mann. Ganze Zeit sabbeln wir hier. Aber bei sowas wird die Fresse gehalten. Ich würde auch die ganze Zeit erzählen. Damit mir bloß meine Freunde nicht in den Rücken schießen. Wenn dann irgendwo wer lauert, okay, so what? Aber... Er ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Imagine chillst hier mit dem Freund, erschreckst dich wegen dem und knallst den einfach ab. Danke für nix. Ah, wir müssen den Wagen hierher ziehen, wa? Ja, 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 ja. Big Rätsel-Time. Aber das sollte gehen. Und dann kommen wir schon ans Benzin. Es muss ja irgendeinen sehr heftigen Haken noch geben. Das läuft doch gerade viel zu glatt hier. Ich finde es toll, wie die beiden das im Griff haben. Im Tagebuch stand ja sogar auch, ne? Irgendwelche Jägergruppen und so. Also, die hatten alle keine Chance. Aber das ist ja sehr verdächtig jetzt gewesen. Ach, Gott verdammt. Aha. Naja, wir hatten ja zwei Stationen, ne? Ah, damn. Na gut, immerhin hat es dir ein paar Ressourcen gegeben. Besser als nix, würde ich sagen. Und wir können leider immer noch nix so richtig basteln. Medikit, ja. Schockbombe. Interessant aber. Wobei ich ja wirklich riesen Fan von den Nagelbomben war. Die haben mir im ersten Teil ja unglaublich gut gefallen. Die haben auch richtig schön gecarried. Die konntest du ja auch auf den Boden hauen. Und dann sind die erst bei Kontakt. Gibt es du noch? Wann ich mal? Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Ah, viele Optionen. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Naja, verschafft uns leider keinen zusätzlichen Respekt auf der Straße. Aber wenn es ihr hilft, oder? Wenn es unseren Gruppen-Membern hilft, dann sind wir doch cool damit. Auf jeden. Na ne, hi. Jetzt ist nur die Frage. Sollen wir hier auch wirklich einfach raus? Es sieht nämlich nicht so aus. Hier drüben sind wir gerade rausgekommen. Aber auch hier waren die Regale relativ leergefegt. Heißt das nicht, ich muss einfach da raus, wo ich hergekommen bin? Na, wir müssen doch hier irgendwo, oder? Nö, auch nicht. Pygore, Hallöchen. Ist ein schöner Gedanke, ja. Absolut. War jetzt nicht irgend so was wie, ich glaube an Gott, weil meine Eltern glauben an Gott. Und darum ist Gott jetzt immer für mich da. Sondern sie hat da ihre ganz eigene kreative Interpretation. Das finde ich dann deutlich spannender als diese anderen Geschichten. Aber da komme ich da auch nicht wieder hoch, oder? Bin ich gefangen? Räuberleiter? Ja, nein. Wie machen wir dann weiter? Da oben kommen wir auch nicht hin. Und da drüben tatsächlich auch nicht. Vielleicht mit dem Wagen hier hoch, dass wir jetzt schon hier durch das Buntglas? Sollen wir sowas bringen? Warte mal. Bestimmt irgendwie mit dem Wagen wieder, oder? Let's go, let's go. Zack. Ja, weil bei den anderen Geschichten finde ich immer so, dass die Leute gefühlt nie eine Chance hatten, ihre eigene Interpretation zu finden. Das finde ich dann fast ein bisschen schade. Klingt dann irgendwie so generisch. Aber wenn man seinen Glauben so irgendwie lebt und liebt, das finde ich deutlich spannender. Obwohl es natürlich den jeweiligen Kollegen scheißegal sein kann, wie ich das finde. Wenn die happy sind mit ihrer eigenen Art und Weise, dann sollen die das natürlich machen. Aber so fand ich es auch in Ethik und Religion immer ganz interessant zu hören, was die Leute so daran bindet, ihre eigenen Geschichten. Erlebnisse und was weiß ich nicht alles. Was haben wir hier jetzt? Ein Kabel von einem Scheinwerfer. Werde ich mich damit so tarzanmäßig rüberschwingen, oder was? Na, wir gucken erstmal hier, bevor ich jetzt wieder sonst so in den Tod stürze. Oh, elf Teile. Wow. Das ist genau der Loot, den ich sehen will. Ja, warte, 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 warte. Ich habe das schon gesehen. Ich will nur erstmal ein bisschen looky-looky machen. Ob uns hier jetzt wer anspringt. Schön aus dem Schrank. Nein. Ja, guck mal. Die hat sogar überlebt. Das passt doch zu ihrer Geschichte. Irgendwie überlebt doch immer etwas. Oder jemand. In unserem Fall hoffentlich nicht nur etwas, sondern jemand. Und anscheinend brauchen wir tatsächlich unser Tarzan-Seil. Na dann, schön mit der Liane jetzt. Ich hätte, dass ich damit auf den anderen Balkon komme. Aha. Ja, aber ich muss wirklich schwingen, oder? Hey, vorsicht. Das ist okay. Das hält. Ja, ja, das hält. So, wir machen schön hier, runde Schaukeln. So. Und vor. Gut, das ist auch nicht so tief, ne? X zum Abspringen. Okay. Ey, ich glaube, das können wir machen. Holla. Ja. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Ja, ja. Ganz easy. Berühmte letzte Worte. Ja, das hält, ne? Das hält. Jau, Naturtalent. Ey. Die Tora hat ihr Kraft gegeben. Aber wie so ein World-Buff in WoW. Hat sie angeschaut und dann, boom. Neuen Mut geschöpft. Geil. Hallo. Irgendwelche Infizierten hier, von denen ich wissen sollte. Nein. Okay. Aber ein Kalender. 5.774. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf. Das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Das klingt eigentlich total lame, ne? So ein Standard-Bratapfel-Ding, aber wie geil muss das sein, wenn du seit Jahren sowas überhaupt nicht hattest? Ein Hochgenuss. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Ehre? Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Jo. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Okay, so habe ich das noch nie gehört, aber stabiler Ansatz. Neuer Tagebucheintrag. Direkt mal notiert hier. Gleich mal Festzeiten für die Nachwelt. Und die Motten überall. Die Fireflies. Die Firefly-Motten. Lagerplatz. Was ich weiß. Das ist auch neu, richtig? Was ich nicht weiß. Und da unten. Aber das linke hatten wir vorhin. Was ich weiß. Es sind ehemalige Fireflies aus dem Krankenhaus. Das ergibt Sinn. Mein Bauchgefühl hat mir das schon die ganze Zeit gesagt. Ach, schau an. Das ist ja das, was auch mein Bauchgefühl war. Und vermutlich von den meisten von uns. Die WLF hat einige von ihnen aufgenommen, nachdem sie sich aufgelöst hatten. Sie sind nur nach Jackson gekommen, um Joel zu töten, Joel zu foltern. Ihn zu töten hat nicht gereicht. Abby versteckt sich im Aquarium. Sie ist eine Meerjungfrau. Was ich nicht weiß. Warum versteckt sich Abby? Ist das wichtig? Wo sind die anderen? Spielen sie eine Rolle, wenn ich mir Abby schnappe? Nein. Wo ist Tommy? Lebt er noch? Er muss einfach. Sollte ich Diner und Jesse hiervon erzählen? Nein. Sie dürfen es nicht erfahren, was Joel getan hat. Sie würden es nicht verstehen. Verstehe ich es? Krass. Ja. Irgendwie in jeder Geschichte auch so ein paar Zweifel. An sich selber, an der eigenen Realität. Das gerät alles so ein bisschen ins Wanken durch das, was jetzt jüngst geschehen ist. Oh, der hat doch bestimmt eine Waffe hier drin, oder? Oh nein. Ah, das Wort ist seine Waffe. Ach, come on. Na gut. Aber schickes Papier. Lieutenant Torres. Vor 70 Jahren fuhr Ulf Lohmannen Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf Ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche Ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch, ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in einer alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Seva Sanders. Okay, bin mir sicher, sein Name klingt eigentlich viel schöner als in meiner Version, aber das waren wahrlich schöne Worte. Ja, ja, die Worte der Macht. Sehr zettellastig heute, ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Und schön. Ein schöner letzter Brief. Ein schöner letzter Eindruck von einem mit Sicherheit ganz wunderbaren Mann, dem das Schicksal aber nicht so richtig gut mitspielte. Dann dürfen wir jetzt wieder runter. Das sieht aber auch nicht so ungefährlich aus, hä? Schön auf Gerüsten rumklettern. Jawohl. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Yes. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Mal gucken, was Ellie jetzt alles markiert hat hier. Wir sind da unten. Ganz unten ist auch ein Fragezeichen. Lucky, hi. Und ganz oben ist noch eins. Ja, dann gucken wir erstmal nach unten, oder? Na? Na? Das ist seltsam, in einer Akutzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Ja, ich meine, bei dem, was wir hier erfahren haben, ist es vermutlich häufig das Cleverste gewesen, einfach in Bewegung zu bleiben. Auch wenn es natürlich nicht viel Freude bereitet, aber wie stand es eben in dem Brief, lebende Menschen sind immer ein bisschen besser als das, was sonst bleibt. Und das Leben musstest du wahrlich jagen, gerade in der Anfangszeit hier. Gerade kommt es uns ja ein bisschen lockerer vor, aber das ist ja immer die größte Falle, sich darauf einzulassen. Was ist hier? Eine Flasche, kleiner Lagerplatz und echt viele schicke Blumen. Aha. Was ist hier? Vielleicht. Tja, es liegt zumindest eine leere Flasche da. Das könnte passen. Aber ich fürchte, Tommy ist nicht der Einzige, der dann gern mal eintrinkt, nach all der Scheiße. Oh, da unten steht sogar noch ein fetter Panzer, aber da wollen wir eigentlich gar nicht hin, oder? Wait a minute. Karte wahr, gedrückt halten. Ja. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen weiter hier rüber. Da rein. Ich dachte, da kommen wir tatsächlich rein, wenn wir hier lang gelaufen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal außen rum reiten. Na gut. Man muss an solchen Orten in solchen Games Kraft tanken, weil der Frieden nur ein Augenblick ist. Wenn das mal zu Hause haben, oder? Ganz genau. Ja. Als ich Herrn Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Geil. Ich habe Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich habe es gesehen. Hast du nicht? Doch. Und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich habe nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Ja, ja. Nur kiloweise. Damit sich das auch richtig lohnt. Na, Salöchen. Ich hoffe, das apokalyptische Blumenbeet erkunden läuft gut. Bisher tatsächlich ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das hier in diesem dunklen, nassen Fuhl jetzt ein bisschen ändern wird. Wir hatten tatsächlich verhältnismäßig wenig Action. Was uns aber vielleicht auch nur so vorkommt, weil es beim letzten Mal... Das ist cool. Auf eine scheiße, wir könnten zerquetscht werden Art. Aha. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Das ist eine solide Einstellung. Aber ja, beim letzten Mal ist es ja so geisteskrank eskaliert. Dass man jetzt, glaube ich, sowieso noch eine etwas andere Wahrnehmung hat auf die Sachlage eben. Aber das ändert sich bestimmt schlagartig wieder. Kennen das ja. Das Wiegen in Sicherheit. Und dann... Mh. Mh, here we go. Das völlige Ausflippen. Scheiße. Oh, das klingt so... Überhaupt nicht gut. Äh, was ist das? Runner? Oh, kacke. Oh, kacke. Mh. Okay, das ist... Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Aber es sind nicht so viele, ne? Sie machen nur Krach für viele. Kann das sein? Sind es nur drei? Ist ein Safe mehr. Das da drüben ist sogar ein Klicker, oder? Ich glaube, der links... Ja, das ist ein Klicker. Das heißt, auf den sollten wir erstmal scheißen. Und versuchen, uns die anderen zu holen. Ich sehe zwei Klicker... Und zwei Runner. Und ich glaube, den in der Mitte sollten wir uns hier zuerst holen, der da so rumzappelt. Aber... Das wird natürlich alles andere als angenehm. Und wir können hier trotzdem easy jederzeit gesehen werden. Boah, wir machen schön langsam... Schön langsam hier rüber. Und hoffen, dass der Bruder dort nochmal... Patrouilliert, ja? Oh, shit. Okay, er hat uns schon gesehen. Er hat uns schon gesehen. Oh, no. Ich glaube... Ich glaube, das können wir gleich nochmal angehen. Es sei denn, Big ausweichen. Uh, die Messerskills. Die Messerskills. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nochmal machen sollten. Weil das muss eigentlich zu schaffen sein. Aber wie viele tanken hier? Oh Gott, wie viele sind es? Oh Gott. Oh, wie viele kamen da denn noch? Das waren nicht nur drei, Bruder. Näh, den Fight können wir so nicht machen. Da verballere ich ja alles, was ich habe an Ressourcen. Näh. Näh, näh. Das war einfach doof gemoved. Ich habe gehofft, er ist ein bisschen langsamer. Und ich konnte ja nicht schneller. Weil links ja schon der Klicker kam. Und dann könnte man alternativ probieren, links bei den Klickern lang zu gehen. Das wäre noch so ein Weg. Weil wenn wir den dann nicht anders kriegen. So auch frontal und entspannt. Dann wäre vielleicht doch das Ausschalten der Klicker. Tatsächlich eine bessere Option. Aber Tricky. Habe ich nicht erwartet. Dass sie es doch so tricky schon machen hier am Anfang. Den holen wir uns. Den nehmen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Das haut hin. Der ist sehr, sehr wichtig, dass wir den haben. Und dann sneaken wir vielleicht hier erstmal rüber. Weil dann haben wir auf jeden Fall auch einen Klicker weniger. So heißt es, wenn das jetzt schief geht, dann haben wir trotzdem einen Klicker weniger. Ja, und da sneaked auch noch einer rum. So. Der ist aber auch beschäftigt gerade. So. Ja, ja. Sehr gut. Oh, das ist gut. Das ist gut für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Vielleicht hat der mich auch gerade gespottet, ne? So, den haben wir auch. Okay. Läuft deutlich besser als davor. Deutlich besser. Wir haben schon mal einen ordentlichen Vorsprung jetzt. Aber das war es natürlich noch nicht. Das war es noch nicht. Da ist noch ein Klicker. Und da steht ein Runner. Bei dem müssen wir dann für die Sicherheit ganz außenrum einmal. Weil da bin ich mir jetzt ja nicht so hundertprozentig sicher. Oh, hier erstmal looten. Leise und unauffällig. Wie genau ich den getriggert habe oder halt nicht. Könnten im Notfall noch mit einer Flasche arbeiten. Oh, Vorsicht. Oh, der Müheimer. Oh Gott. Aber ich hätte gesagt, den holen wir uns jetzt hier auf jeden Fall. So. Sehr gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Und selbst wenn der jetzt... Nice. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ey, Klicker mit Schutzweste, ne? Gehen wir nach Hause, Junge. Aber ich glaube, das war es. Huh. Ja, Gott. Das ist die Bank. Das ist die Bank. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Naja, vielleicht waren es dann Sicherheitsleute von der Bank, ne? Oder irgendwelche Plünderer, die aber ordentlich reingeschissen haben. Könnte auch sein. Na gut, wir sehen, Runner und Klicker als Mischung. Da musst du wirklich jederzeit alle im Auge haben, ne? So wie die rumtorkeln, ey. Ein Moment der Unachtsamkeit und du hast sie gleich wieder alle am Arsch belastet. Was haben wir hier noch Schönes? Oh. Man hat es so lange reingeschaut und es ist einfach leer. Perfekt. Das war einfach der Unglaube, ne? Dass es wirklich leer ist, ja, Elli. Ich fasse es auch nicht. Schicke Telefone, aber alles doch sehr alt backen, oder? Auch diese Holztischchen hier. Das sind bestimmt Überwachungsmonitore. Das spricht dann für den Sicherheitsdienst. Aber auch der hat jetzt nur bedingt für Sicherheit gesorgt, ja? Tja, wir haben auf jeden Fall gut Munition gespart. Das, was wir am Anfang bei der Synagoge reingewastet haben, das haben wir jetzt vielleicht in Teilen wieder gut gemacht. Über dem Raum traue ich auch gerade noch nicht. Hello. Noch jemand zu Hause? Das ist mal eine fette Tür, Junge. Da liegt bestimmt noch ordentlich Bargeld drin, aber was bringt uns das jetzt, ne? Scheiß. Und hier ist noch so eine Tasche. Aha. Tresor 6023. Ich glaube, diese schutzfesten Typen wollten die Bank ausrauben. Oh. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Ah ja. Oh ja. Ich liebe diesen Film. Gut, ich dachte an Haus des Geldes, aber so geht's vermutlich auch. 6023 06. Ablösung der Wache tagsüber alle zwei Stunden. Nachts alle vier Stunden. Was haben wir hinten noch? L liefert NKB ab. Ankunft vor der Eingang 0100. L fährt nach hinten. NKB treffen auf Sicherheitsdienst. N vor der Tür. K hinter Tür. B Tresorraum. NK bewachen Sicherheitsdienst. B holt Tresor. NKB treffen L hinterm Gebäude. Imagine auch, du planst einen Bankraub, ne? Und dann geht die Apokalypse los. Da weißt du auch, dass irgendeine höhere Macht auf jeden Fall richtig was gegen dich hat. Yo. Was haben wir hier noch? Bisschen was zum Sprengen. Ja, ich meine, das passt ja zu den Bankräubern, ne? Schöne Sporttasche für die Kohle. Sehr gut. Und da brauchen wir gleich die Safe-Kombinationen, die ich mir natürlich wieder nicht gemerkt habe. Aber da können wir ja nochmal schnell reinlesen. Bankraubpläne. Das war 60-23-06. Okay. Let me see. Dann kommen wir wirklich da rein. Na bitte. Na gut, wer weiß, was da im letzten Moment weggeschlossen wurde, ne? Was haben wir gesagt? 60. 60. Ja. 23. Like this. Und 06, wenn ich nicht irre. Ja. So. So. Das ist mal eine Tür, ey. Oder sie haben da den Big Boss eingesperrt. Da warte ich ja immer noch drauf. Hm. Sieht nicht so aus, als wäre hier wirklich was übrig. Oh. Oh, was ist das denn? Na. Der wahre Loot. Oh, Onkel. Dankeschön. Danke, Mann. Das ist ja toll. Ich mein, ihm hat sie einen sehr seltsamen letzten Dienst erwiesen, hä? Und sie hat auch nur einen Schuss noch drin. Aber wir haben sie. Die Pumpgun. Wie schön. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann. Früher in der alten Welt. Puh. Wären wir reich. Ja. Wir wären reich. Und wir scheißen auf alles. Aber hier bringt es uns leider nichts, ne? Fürchterlich. Klingt nach gefährliche Brandung. Gibt's for real den Film? Surferbank Räuber klingt nach einer entspannten Tätigkeit auf Hawaii. Ich wäre dabei. Dann wird das vermutlich so eine halbe Lilo und Stitch Folge werden. Hahaha. Kommen dann noch ein paar Aliens vorbei und ein paar Pilz-Zombies. Alles brennt und explodiert. Aber viel mehr haben wir tatsächlich nicht. Aber gut. Das war ja auch der wahre Super-Loot. Mehr hätte ich mir nicht erhoffen können. Und ein Brief. Und ein Brief. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Ach, das war sogar... What? Das war schon während der Apokalypse. Und die dachten, da ist es dann eine gute Idee. Okay, das ist nochmal kränker. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hätte mir fast einen Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Kops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen. Dem Fernsehen. Verdammt nochmal jedem, der es hören will. Dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Da war eine Menge Hass dabei. Ich fühle mich gerade echt komisch. Schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann ich klar denken. Oh Scheiße. Passiert es so? Werde ich zu einem von Ihnen? Scheiß drauf. Wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Okay, also aus seinen... Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kann wahrscheinlich schlafen. Aus seinen großen TV-Plänen ist anscheinend nichts geworden. Aber wir haben die Pampi. Na super. Pampi, Pampi. Sonst noch irgendwo was gewesen? Nee, eigentlich habe ich alle schön auseinandergenommen. Ein paar Schließfächer sind hier noch geplündert worden. Aber das war offenbar das Höchste der Gefühle. Na gut. Oh oh. Oh no. Oh, 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 wow, wow. Unerwartet. Oh, wir müssen uns auch wieder rauskämpfen? Okay. Scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber maybe nutzen wir direkt mal den Clicker hier weg. So. Und dann war es nur ein Runner, richtig? War es nur ein Runner? Oh, den hat er schon. Sehr schön. Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Wann das for real? Nur die beiden nochmal? Äh, hat er wenigstens Beute dabei? Hallo, Herr Runner. Oh, die liegen sogar übereinander. Oh, erstmal in der Karte notieren hier, so. Haben wir fertig, siehste. Haben wir noch schön aufgeräumt. Na, da würde ich aber sagen, die Bank hat sich gelohnt. Mit lustigen Sprengstoffen habe ich gerechnet, aber mit der Shotgun, Junge, hätte man drauf kommen können, dass in der Bank... Oh. Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay, was würdest du kaufen? Ein Raumschiff? Oh, ach ja. Dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Och. Äh, Tiere und so, ja. Wir wollen lieber Kosmoskriege. Schön mit ein paar Naru battlen. Das war echt Wahnsinn. Hm, wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, gehen wir zum Gericht. Jo, der Tag des jüngsten Gerichts. Ausgezeichnet. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir wollen dann ganz oben links. Richtig? Ist auf jeden Fall das letzte Fragezeichen, das ich gerade gesehen habe? Oder bin ich blind? Nö. Ansonsten, da war kein Benzin. Müssen wir anscheinend nach oben. Na, dann ab dafür. Ja, habe ich erst nicht im Kopf gehabt. Dass es da vielleicht Leute gibt, die sie auch verschanzen oder sogar einen Überfall planen. Dann dachte ich, Sprengstoff geil, macht Sinn. Aber die Schotti, Bruder, die kam ja aus dem Nix. Und ja auch alles komplett zugenagelt. Na, da würde ich mich ja auch ganz gern drin verlieren. Hier jetzt die ganzen Gebäude, die Wohnungen, die alten Läden zu checken. So was liebe ich ja auch. Aber das würde vielleicht das Game und auch unseren eigens gesetzten Zeitrahmen so ein bisschen sprengen. Oh no. In dem Gebäude? War das jetzt ein neues oder war das schon vom Gericht? Ah, nee, ist in dem Gebäude. Okay. Ja, dann sollten wir vielleicht erst da rein, hm? Ich weiß nur nicht genau wo, aber wie viele sind das, wenn wir die bis hier draußen hören? Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Hahaha. Ich kann nicht lesen. Oh, ja. Gute Arbeit, du Detektivin. Mhm. Ich bin richtig krass im Orte finden. Dante mit der 66. Dankeschön, Dankeschön. Okay, ich glaube, hier sollen wir rein. Boah, das ist aber wirklich ein ordentliches Geschrei da drin. Hätte ich mal meinen Molotow noch, ey. Oh, der wäre locker richtig geil. Aber ich glaube, bei der Schockbombe stand auch, dass wenn die betäubt sind, wir rangehen können, um zu boxen. Zu messern. Okay, ich sehe erstmal einen Klicker hinter dem Warnrunner. Da vorne scheint auch noch was zu sein. Vielleicht kriegen wir den Klicker ja relativ zügig weggenatzt. Das wäre geil. Weil die anderen scheinen ja eher außenrum zu wuseln. Ja. Also den, da könnten wir, glaube ich, schon mal wegsnacken. Geht ja auch immer darum, geil, wichtige Mumpeln. Dass wir uns den Rücken so ein bisschen freihalten. Dass selbst wenn es eskaliert, wir nicht unbedingt hunderte Gegner gegen uns haben. Sondern vielleicht nur einen oder so. Hallo, Frau Barbara Salisch. Ich habe da was mitgebracht. So. Auf die ganzen Gegnertypen. Auf die ganze Welt. Die war ja davor mit unserem Städtchen nur ein bisschen segmentierter erstmal serviert bekamen. Und all das fühlt sich aber sehr gut an. Bezogen auf schmeckt und riecht wie Teil 1. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Punkt. Und beim Rest, ja, muss man sehen, wie es weitergeht, ne? Aber erstmal gehen wir hier noch rein. Ich hoffe, das war kein Runner. Oh, es ist doch einer. Okay, es ist ein Runner. Und ich glaube, die anderen, die da standen, tatsächlich auch. Dann sollten wir versuchen, den definitiv wegzumessern. Ja, bevor der dann seine Freunde dazu ruft. Das wäre natürlich nicht so cool. Ah, schön die Regale hier umgeschmissen. Das ist unser Glück in diesem Moment. Weil das gibt uns die Möglichkeit, da schön hinterher zu schleichen. Und die Tante hoffentlich hier einmal schön zu greifen. Ja. Und Licht aus. Sehr gut. Ah, da draußen sind aber noch einige mehr, ne? Auch schön. Alkohol. Der Alkohol. Den nehmen wir mit. Ausgezeichnet. Dann ist jetzt aber trotzdem die Frage, wie handeln wir die? Weil die stehen auch ziemlich dicht beieinander. Versuchen über den anderen Weg wieder. Die stehen dort. Einer läuft, einer steht. Der, der da steht, den könnten wir natürlich relativ easy von hinten weg messern und hinlegen, wenn die andere nach rechts patrouilliert. Insofern die sich nicht komplett random umdreht, müssten wir den ja eigentlich ganz gut erwischen können. Oder wird mich das täuschen? Und der sieht mich wieder und nutzt mich, bevor ich an ihn rankomme. Das könnte auch sein. Kacke. Das ist nicht so einfach. Dann vielleicht doch lieber den anderen Weg, weil da schleicht ja auch ein Klicker rum. Ah, das sind noch diese drei. Ich glaube, wir gehen außenrum zurück, versuchen den patrouillierenden Runner zu holen, dann den rumstehenden Runner zu killen und dann den Klicker zum Schluss. Ich glaube, das ist gerade die sinnigste Taktik, die die wenigsten Risiken mit sich bringt. Weil wenn wir den Runner hier vorne adden, dann bringt der unweigerlich direkt den Klicker mit. Und wenn dann die Shotgun nicht sitzen mit jedem Schuss, dann sind wir richtig gebumst. Darum lieber da jetzt nochmal schön in Ruhe und clean aufräumen. Und dann können wir uns hier nochmal in aller Ruhe umschauen und ein bisschen umher looten. Ja, oh, da sind noch mehr, oder was? Oh no. Das ist der hier vorne. Ja. Das ist nochmal ein anderer Raum. Oh, Kacke. Hey, Junge. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hier ist einfach noch ein anderer Raum. Na gut. Dann greifen wir dich jetzt mal. Natzen, dich schon mal weg. Ausgezeichnet. Und da ist ein Klicker. Und da geht es dann jetzt diesen Weg entlang. Genau. Und das ist auch nur dieser Klicker, wie es scheint gerade. Ja, das ist nämlich auch nochmal ein anderer Raum. Oh Gott, ich habe den Aufbau gerade völlig falsch interpretiert. Aber dich kriegen wir auch, mein Freund. Ja, ja. Herr Alexander Holt. Sie müssen warten. Sie müssen geduldig sein. Jetzt sind wir hier. Ah. Jetzt sind wir hier. Nein. Oh, no way. No way. What? Alexander Holt killt mich, weil er sich random umdreht. Und lösen das ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Guck schön woanders hin. Schön so rum, genau. Und dann, wenn du jetzt keinen wilden Turn machst, werden wir dich, denke ich, kriegen. Yes. Wunderbar. Na, der hat mich aber geärgert jetzt. Der war aber richtig ehrenlos in Stänkerlaune. Und du hast den geholt. Sehr gut. Na. Ausgezeichnet. Ja, manchmal, ne. So schmerzhaft, wie es ist. War's das? Ich glaube schon. Hurra. Suchen wir das Benzin? Ja. Lohnt es sich hier und da doch nochmal? Die wahre Geschworene. Ja, lohnt es sich natürlich dennoch, ne. Ab und zu ein bisschen rumzuprobieren und nochmal aufzufrischen. Wie war jetzt was? Weil das hatte ich so genau tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Dachte, das ist wie bei Assassin's Creed gewesen, so. Die erkennen dich zwar, aber dann hast du nochmal ein ordentliches Zeitfenster, trotzdem dein Attentat zu bringen. Aber da war Odyssee ein bisschen gnädiger als die Klicker. Hier da, glaube ich, nix weiter. Hier sind wir ja schon rumgekrochen. Wait a minute. Uh. Die hat resettet, oder was? Die Munition, die lag doch vorhin dann nicht in der Form. Das soll mir aber recht sein. Mehr Munition. Mehr Freude beim Shooten. Und hier war allerdings auch nichts weiter, ne. Was hier direkt auf dem Weg lag, das habe ich ja wieder mitgenommen. Aber ansonsten haben wir gar nicht so viel. Schade. Aber diese Tür, würde ich sagen, die wirkt sehr verdächtig. Vermutlich fehlt jetzt noch der wahre Plünderraum, zu dessen Weg all die schon ihr Ende gefunden haben.